Nachdenkseiten Die kritische Website Deutschlandfunk Deutsche Waffen stärken Pazifismus Ein Kommentar von Tobias Riegel Waffen auch aus Deutschland helfen, pazifistische Grundsätze durchzusetzen. Und wer sich dem aber verweigert, macht sich mitschuldig am immer länger laufenden Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ein aktueller Kommentar im Deutschlandfunk zu den auf russischem Boden eingesetzten deutschen Panzern lässt einen sprachlos zurück. Viele Beiträge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Kriegsfrage markieren einen neuen Tiefpunkt für den Journalismus. Und die Bürger müssen das auch noch bezahlen. Im Deutschlandfunk DLF ist ein aktueller Kommentar zur Kursk-Offensive der Ukraine in Russland zu lesen. Ich empfinde den Beitrag als stilistisch fragwürdig und inhaltlich verzerrend. Damit passt er sich gut ein in die harte Kriegstreiberei, die in anderen öffentlich-rechtlichen und großen privaten Medien momentan praktiziert wird. Thomas Franke schreibt im DLF Zitat Ende Hierzu ist anzumerken. Der innerukrainische Krieg wurde 2014 von Kiew unter dem Label eines Anti-Terror-Einsatzes gegen die Bürger im Donbass begonnen. Im Donbass gab es starke Widerstände gegen die aus dem rechtsradikalen Maidan-Umsturz hervorgegangene Regierung in Kiew. Dieser Widerstand sollte, unter anderem mithilfe von freiwilligen Nazi-Regimenten, durch Beschuss der Region von Seiten Kiefer Truppen gebrochen werden. Russland hat dann eingegriffen. Der innerukrainische Krieg wurde aber ursprünglich von Kiew losgetreten. Das geradezu betrügerische Vorgehen westlicher Regierungen im Zusammenhang mit den Friedensbemühungen von Minsk haben die Nachdenkseiten unter anderem im verlinkten Artikel beschrieben. Auch die Behauptung im DLF zur russischen Raketenstationierung lässt zahlreiche relevante Aspekte der Entwicklung der letzten Jahre unter den Tisch fallen. Eroberung der Krim An anderer Stelle schreibt Franke von einer Eroberung der Krim durch Russland. Auch diese Ausdrucksweise wird, freundlich ausgedrückt, den realen Vorgängen nicht gerecht. Ein ukrainischer Vormarsch, auch auf russischem Gebiet, sei jedenfalls überfällig, so die Folgerung. Im verlinkten Artikel »Deutsche Panzer rollen wieder in Russland bei der PR-Schlacht in Kursk« hatte ich zur fragwürdigen Begeisterung über die ukrainische Kursk-Offensive geschrieben. Zitat Ende Richtig absurd wird der DLF-Text, wenn es um die Vergangenheit geht. Franke behauptet, »Hätten die vergangenen Bundesregierungen bereits 2014 konsequent gehandelt, gäbe es den Krieg in der Form wahrscheinlich nicht.« Zitat Ende Einerseits stimmt es. Der Krieg hätte leicht von westlicher Seite verhindert werden können, aber so ist die Aussage mutmaßlich nicht gemeint. Im Gegenteil, der Satz soll wohl zugespitzt ausdrücken, dass etwa die Bundesregierungen seit 2014 mehr Härte gegen Russland hätten entfalten sollen, dann hätten wir nun keinen Krieg. Das Gegenteil ist richtig, wie etwa die zahlreichen Zitate im aktuellen Text von Bernhard Trautvetter belegen. Seit den 1990er Jahren und verstärkt seit 2014 haben seriöse westliche Stimmen immer wieder betont, wenn der Westen seine konfrontative Politik gegenüber Russland so weiter treibt, dann wird irgendwann ein Krieg aus russischer Sicht unvermeidlich werden. Und zwar unabhängig von der jeweiligen russischen Führung. Diese Mahnungen wurden ignoriert und auch darum ist nun Krieg in Europa. Fragwürdig wird vom DLF auch mit den Lehren aus der deutschen Vergangenheit umgegangen. Der gesellschaftliche Konsens in der Bundesrepublik nach 1945 lautete »Nie wieder Krieg«. Das heißt, von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Soweit zutreffend. Doch dann dichtet der Kommentar eine weitere angeblich historische Lehre hinein. »Nie wieder« bedeutet auch, dass nie wieder jemand einen Vernichtungskrieg gegen jemand anderen führen darf. Da hätte Deutschland aber viel zu tun, wenn es nun alle Vernichtungskriege auf der Welt mit Waffenlieferungen beeinflussen wollte. Und hätte nach dieser Logik nicht schon seit Jahrzehnten ein hartes Sanktionsregime die USA treffen müssen, wegen ihrer diversen Angriffskriege? Egal. Logik zählt prinzipiell in der aktuellen Meinungsmache für die abzulehnende militärische Zeitenwende nicht viel. Im konkreten Kommentar wird eine Verlängerung des Tötens als Folge unrealistischer Maximalforderungen direkt in Kauf genommen. Zitat »Wer also ruft, der Krieg muss gestoppt werden, der muss die Ukraine stärken. Russland wird seine Truppen nicht ohne maximalen Druck zurückziehen. Jede Verzögerung schadet dem Opfer und bestärkt das Regime in Moskau.« Hier erklingt indirekt die zynische Feststellung, dass der Krieg erst dann gestoppt werden könne, wenn Russland seine Truppen aus der Ukraine zurückgezogen hat. Unabhängig von der Schuldfrage ist ein solcher Rückzug in absehbarer Zeit extrem unwahrscheinlich, auch wenn man die Forderung und die angeblich dahinterstehende moralische Eindeutigkeit noch hundertmal betont. Wer trotz dieser Realität auf einem russischen Rückzug als Vorbedingung etwa für einen Waffenstillstand beharrt, fordert indirekt eine Verlängerung der Kämpfe mit entsprechend vielen Toten, auch Ukrainern. Am Ende landet der Kommentar sinngemäß bei George Orwell und der verdrehten Logik, dass gegen Russland eingesetzte deutsche Waffen Pazifismus stärken würden. Wer das nicht kapiert, verweigert schmerzhaft Erkenntnisse und macht sich dadurch mitschuldig. In der Praxis sieht das so aus. Waffen, auch aus Deutschland, helfen pazifistische Grundsätze durchzusetzen. Es ist schmerzhaft, das anzuerkennen. Wer sich dem aber verweigert, macht sich mitschuldig am immer laufenden Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ich lehne eine Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks immer noch ab. Ich denke, dass die deutsche Medienlandschaft nicht besser würde, wenn es nur noch Privatmedien geben würde. Aber der hier besprochene Kommentar, der nur einer unter zahllosen, fragwürdigen öffentlich-rechtlichen Beiträgen zum Thema Krieg ist, sowie die Tatsache, dass die Bürger für die fortgesetzte Kriegstreiberei in solchen Beiträgen Rundfunkgebühr bezahlen müssen, erinnert einmal mehr daran, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dringend und grundlegend reformiert werden muss. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Das war das Spiel in den letzten Jahren. Vielen Dank.